Musik Verdammt, zieh dir gefälligste Hose an. Phil, geh nicht ins Badezimmer. Oh, jetzt kriegt dich wieder ein, ich bin's. Phil, da ist ein Tiger. Was ist denn hier los? Siehst du? Siehst du? Hi, die Pisse, der erzählt keinen Scheiß, da ist ein Tiger drin. Nee, kann nicht sein. Wie kommt denn da ein Tiger in unser Badezimmer, der hat mich fast umgebracht. Ey, Alter, kannst du dir mal eine Hose anziehen? Ich komm mir schon blöd vor, dass ich dich zweimal bitten muss. Eine Hose in so einem Moment.